Die elektronische Identifikation, das ist das Herzstück von E-Government. Auf dem baut alles andere auf. Für Insistenz ist Datenkontrolle und Datenruhe wieder den Bürgern zu geben. Und ich glaube nicht, dass am Schluss das in einer sehr, sehr lukativen Art sein will. Am 7. März stimmen wir über das EID-Gesetz ab. Das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste. Dass es die EID braucht, ist eigentlich unbestritten. Trotzdem wurde gegen die Gesetzesentwürfe das Referendum ergriffen. Gegner sind nicht einverstanden damit, dass private Unternehmen die EID ausstellen sollen. Die Identifizierung von Bürgerinnen und Bürgern sei Sache vom Staat. Aber warum ist eigentlich das Geschäft mit der elektronischen Identität überhaupt interessant? Laut einem Bericht vom Unternehmensberater PricewaterhouseCoopers ist die EID eine Gelegenheit, Kosten zu sparen, Risiken zu senken und de facto die Kundenidentifizierung auszulagern. Das ist attraktiv. Und weil für Kunden das Einloggen schneller und einfacher geht, wird alles etwas nutzerfreundlicher und dadurch macht man mehr und bessere Geschäfte. Aber wie sieht das Geschäftsmodell von diesen Firmen aus, die die EID nicht nur einsetzen wollen, sondern selber anbieten und also im Auftrag vom Staat die Identität von Bürgerinnen und Bürgern verifizieren? Was ist das überhaupt für einen Markt und von welchen Beträgen reden wir da? Jemand, der das genau wissen muss, ist der SwissSign CEO Markus Neff. Die SwissSign AG ist vorsichtlich einer der grössten Identity Provider in der Schweiz, wenn das Gesetz wirklich kommt. Das Marktpotenzial ist insofern sehr schwierig zu beurteilen heute. Wir wissen einfach, welche Rechtsvorfälle eine EID brauchen. Aber da einen Betrag zu beziffern, ist extrem schwierig. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu sagen, eine EID hat das Potenzial, zum Savings in ein paar Potenzialen von etwa 4 bis 6 Prozent vom BIP, also von der volkswirtschaftlichen Ebene, her einzuführen. Und das ist natürlich das Potenzial gleich für den Umsatz dieser Firma. Aber es gibt einfach Savings, die dahinter stehen, etwa bis zu 30 Milliarden pro Jahr. Und das ist vor allem der Grund, ab unseren Aktionären, wo wir überhaupt die Firma gegründet haben, die die SwissSign AG. Weil auf der einen Seite haben sie gesagt, man macht eine digitale Infrastruktur, die man gerne bereitstellen würde. Das ist wie der Gotthard-Tunnel, wir machen immer den Vergleich. Das ist eine Infrastruktur, die relativ viel Geld verschlingt, um einmal aufzubauen. Aber den grossen Nutzen haben vor allem die Aktionäre oder auch die Wirtschaft mit den Prozessen, die nachher viel einfacher und vor allem digital abgewickelt werden. Also Kostenersparnis indirekt bei einzelnen Aktionären oder auch bei anderen Leuten in der Wirtschaft ist massiv. Und das gibt zu diesen möglichen bis 6 Prozent der Einsparung im BIP. Sie sagen schwer abschätzbar, aber gleichzeitig sind es ja alles Bereiche, die definitiv wach sind im Moment. Stichwort E-Health, E-Government, E-Commerce. Ja, es hat sicher das Potenzial da. Ich weiss schon, was sie herausfinden. Im Sinne haben wir quasi noch einen grossen Gewinn machen können abschöpfen. Das ist dann die andere Frage auch noch, wo kommt, wenn wir unsere Kosten noch nicht haben, die dahinter sind. Denn wir haben auch unsere Kosten gegenüber dem Staat, für den Abgleich von den Daten, die stattfinden werden. Und je nach Sicherheitsstufen ist der jährlich, quartalsweise oder wöchentlich. Da hat es auch noch Kosten, die unbekannte, die dort sind. Und wie gesagt, ich glaube, es ist weniger da als mehr. Ich weiß es ganz explizit. Es hat nie der Anspruch, ein grosser Dividendenzahler zu sein für unsere Aktionäre. Klar, wenn wir eine schwarze Null schreiben. Das ist sicher etwas, was vorgesehen ist, aber auch erst mittelfristig. Das kann man ganz klar sagen. Das ist jetzt etwas, das in den nächsten 1-2 Jahren kommt. Weil man hat relativ viel Geld investiert. Nur 2-stellige Millionen betragen. Und dann müssen wir zurückzackt werden. Und darum glauben wir nicht, dass es ein Riesenmarkt wird sein. Es ist sicher eine Möglichkeit, da etwas zu machen. Aber das ist auch sehr stark kontrolliert. Und selbst da, wo wir zum Teil hervorbrauchen. Sollte es eine Monopolstellung werden für den Swiss-Sign. Da gibt es Preisüberwachung und andere Mechanismen, die sicher unsere Rücken nicht beeintun. In diesem Fall wäre die E-ID vor allem ein Schmiermittel für die Schweizer Wirtschaft. Und wenn die Identity-Provider dabei noch Geld verdienen, wäre das gar nicht so schlimm. Wo ist das Problem? Man kann durchaus sagen, dass sich der Staat dort in Abhängigkeit begibt. Weil, wenn man sich jetzt anschaut, für was das ist. Eben, dass die E-ID das Mittel ist, damit wir uns am Behördenportal identifizieren können. Dass wir eine Steuererklärung abgeben können. Dass wir elektronische Unterschriften unter ein Referendum setzen können. Dann wird die Herausgabe von dieser E-ID, und dann auch wenn man sie anwenden will, wird Teil unserer öffentlichen digitalen Infrastruktur. Wenn diese aus irgendeinem Grund nicht läuft, dann sind all diese Identifikationsvorgänge, all diese Anmeldevorgänge nicht möglich. Natürlich, die elektronische Identifikation, das ist das Herzstück von E-Government, wirklich auf dem baut alles andere auf. Es wird ja oft in den Debatten gesagt, ja, wir haben ja die Aufsichtsbehörden, E-ID kommen, die das überwachen tut, dass das alles gut läuft. Jetzt ist dort die Schwierigkeit daran, dass sie zum Beispiel keine Möglichkeit haben, Sanktionen zu geben. Wenn wir jetzt aber auch uns vergegenwärtigen tun, dass wir ziemlich sicher eine Monopolstellung haben, oder mindestens eine sehr, sehr, sehr starke Position von einem Anbieter, dann wird man dem Anbieter nicht die Zulassung entziehen, weil das würde heissen, man hätte von einem Tag auf den anderen keine Möglichkeit mehr, um all diese Behördengeschäfte zu machen. Also das heisst, das schafft eine Abhängigkeit, die es dann sehr schwierig macht, so einen Entscheid auch wirklich umzusetzen, oder so eine notwendige Massnahme umzusetzen, wenn das im Umkehrschluss oder in der Konsequenz würde bedeuten, man hätte dann keinen Zugang mehr auf unsere Behördenportale. Was tatsächlich auch ein Krux ist an diesem Gesetz, weil man ja Privatisierung von diesen Ausweisdokumenten will, dass das genau auch die Basis schafft, dass auch die internationalen Techkonzerne, wie Apple, Google, Facebook eben auch zu Herausgeber einer Schweizer EID werden. Und das ist auch gar nicht allzu abwägig. Apple hat bereits einige Padente zum Thema angemeldet, und auch Google beschäftigt sich seit längerem mit dem Thema. Also es könnte sehr gut sein, dass die in diesem Markt auch einsteigen. Und dass es dann auf der anderen Seite am Bund, oder nicht nur wie, am Bund ist es parallel verboten, eben mindestens alternativ auch eine herauszugeben. Also wir haben dann keine Wahlfreiheit. Und das sind nicht sehr angenehme Aussichten. Haben wir also vielleicht auf einmal keinen Identity Provider mehr? Oder landet unsere EID plötzlich bei Facebook oder Google? Nochmal Markus Neff von SwissSign AG. Sie sprechen jetzt so ein bisschen auf die Gaffa, nehme ich an, Provider an, also Google, Facebook, Amazon und so, oder Apple. Nein, ich glaube für die kann es nicht attraktiv sein. Also wenn ich mit denen rede, und ich kenne die relativ gut, ich glaube, die hätten auch Kapazität, aber es kommt schlussendlich, gibt es ja Anforderungen, dass die Daten zum Beispiel der Schweiz bleiben müssen. Und diese Firmen sind so international aufgestellt, und wenn sie dort eine Identität haben, ich glaube nicht, dass die einfach quasi sagen, dass sie die Identität macht nachher irgendwo Halt an der Schweizer Grenze. Die sind international aufgestellt, und da wäre viel zu viel Aufwand zu betreiben, sagen wir jetzt mal von den grossen Player, die immer im Raum stehen, um wirklich die Ehe in Sachen einzuhalten, die zurzeit in der Verordnung stehen werden und am Gesetz hinein sind. Wie gesagt, die Ehe braucht es, sie wäre gebig und nötig. Aber gerade weil wir es gerne bequem haben, möchten wir möglichst wenig Gedanken über Datenschutz und Privatsphären usw. machen. Und es gäbe datensparsamere Modelle als das, wo wir jetzt mit dem Gesetzesentwurf anscheinend darauf zu steuern. Und zwar, weil es in diesem Modell den Identity Provider als solches gar nicht gibt, und in diesem Zusammenhang auch ganz viele Fragen nachher nicht stellen können. Es sollte möglichst eine dezentrale Lösung sein. Das heisst, man tut sinnvollerweise die Attribute, die ich brauche, um einen Ausweis zu können, eben nicht bei IDPs vorzuhalten, sondern dass ich diese zum Beispiel auf einer Smartcard oder direkt auf meinem Handy gespeichert habe. Und dass man diese von dort aus direkt in den Einsatz bringen kann, ohne dass eben der Dreueckkreis das Dreueck in den Einsatz kommt, wo eben eigentlich eine Drittinstanz und das auch eine private Firma dann mich identifizieren tut. Und das sind jetzt aber auch nicht unlösbare Sachen. Zum Beispiel genau die Lösung, die auch der Kanton Schaffhausen gewählt hat, ist so eine. Also dort sind die Attribute auf dem Handy drauf und zwischen eine staatliche Lösung, also in dem Sinne vom Kanton. Es wäre jetzt auch nicht so, dass wahnsinnig viel Zeit verloren gächte. Dort gibt es zum Beispiel Fürstetum Liechtenstein. Dort ist im letzten Jahr eine Lösung eingeführt worden, erfolgreich eingeführt worden, und zwar gerade einmal ein Jahr nachdem, dass man die öffentliche Ausschreibung gemacht hat. Also das ist mit politischem Willen auch in einem überschaubaren Zeitrahmen zu machen. Diese Zeit müssen wir uns leisten, weil es ist ja auch überhaupt nicht gesagt, dass die Lösung, die wir jetzt gewählt haben, eben ein Erfolgsmodell wird. Viel wahrscheinlicher wird es sein, dass wir in drei, vier Jahren dann zurückschauen und sagen, was haben wir falsch gemacht, dass sie keine Verbreitung finden oder dass die Leute kein Vertrauen haben und die Leute das nicht verwendet. Und dann müssen wir auch nochmal komplett überbüchen und haben am Ende des Tages mehr Zeit verloren. Dieser Gesetzesentwurf lässt für mich Geschmack ein wenig offen. Und die Verordnung, die die Details dann vielleicht regelt, ist vorläufig nicht öffentlich. Das heisst, wenn ich die EID annehmen will, kaufe ich so ein wenig Katze im Sack. Und gleichzeitig gäbe es, wie gesagt, Modelle, wo sich ganz viele von diesen Fragen auch gar nicht würde stärken. Was ist das? Was ist das? Was ist das?